Ich bin jetzt schon oben draußen. Ich habe es geschafft rauszukommen sozusagen. Das kann gar nicht sein. Doch, bin ich aber und ich habe es geschafft. Oh, es ist nachts. Mal wieder, ja. Wo ist der da? Er hat ein Gummibus. So, da kommen wir dann auch schon hoch. Dann habe ich es eigentlich schon so gesehen. Kann ich hier oben ein Lager hinbauen. Okay. So. So, jetzt müsste es eigentlich alles fertig sein, oder? Äh, ich kann ja gleich mal gucken, aber ich glaube schon. Sollte, ja. Ich grüße auch mal nach. Überraschen lassen. Na, ich höre noch was blättern, aber ich habe hier noch ein zweites. Ja, das Lampe braucht auch noch acht Minuten. Das ist eine schon fertig. Ähm, ja, das Meckern Dingens ist fertig. Ähm, bringst du mir deine Schriftrolle bitte vorbei. Bitte müssen sie uns nöt. Ja, Moment. Remanting Skillbook, dann kannst du mich auch schnell, ähm, auch meins lernen. Moment können wir jetzt machen. Jetzt muss ich, muss ich nur gucken, dass ich im Envil. Wohl, warte, ich komme schnell zu dir rüber. Warte, ich habe, ich lege es doch bei dir rein, warte. So, okay. Nee, das kann ich nicht mehr. Dann komm, dann bleib nicht stehen, dann leg's rein. Äh, liegt in der Chest. Dem Wasserrad. Dem okay. So, und was habe ich jetzt auch gespielt? Danke, Meter. Ähm, wo ist denn das, das Neue, was du gemacht hattest? Ähm, pfff, irgendeiner Küste. Das war mal. Ich habe keine Ahnung. Wie ist das? Und die Matrix Skillbook. Nicht Tailoring? Ähm. So, jetzt muss ich, ähm, jetzt mache ich noch ein bisschen Iron und ich brauche Holz. Peter, ganz mal bitte ein bisschen Holz holen. Du hast ja so viel Holz. Du musst gerade das Busen. Wir brauchen zusammen eine Sommel, weil wir die jetzt jeder baut, haben wir ein Problem. Ähm, kümmerst du dich dann, dass du ein bisschen Holz bei mir rein tust? Ich würde mich dann mal ganz kurz um ein zweites kleines Häuschen. Okay. Ich soll dir einfach Holz bringen. Ja, ganz nett. Das kann ich auch wieder wo. Ab. Ach, ja. Wie viel Platz habe ich denn hier oben in meinem Haus noch? Status? Weißt du, oben passt der Maschinen-Shop noch hin und alles. Und ich sah mir vielleicht unten. Wie sieht es hier aus? Oh, wie viel Holz habe ich denn noch? Weil ich dann mache. Achso, deswegen hat er kein Status. Hilfe. Status. Okay. Ja, ich brauche noch mehr. Das glaube ich. Was hast du nicht? Ich habe glaube ich gar nicht mehr so viel Holz. Du hast Holz und willst du nicht? Ja, ich habe halt nur, äh, Heaven-Blocks. Also, okay, dann musst du ganz, ganz, ganz Holz holen gehen. So wachsen eigentlich die Sitzlinge, nicht? Wir brauchen drei Jahre, das weiß doch jeder. Steht, man müsste eigentlich drei Jahre dauern. Ja. Wir live-Jahre, ne? Wir live-Jahre, ne? Wir live-Jahre. Ja, eigentlich schon. So, eigentlich. Das kann eigentlich schon drei Jahre dauern. So, wenn es ja wie live-mäßig ist, dann dauert das schon so lange. Ah, es kommt sogar hin. Ich brauche eine Raum-Erweiterung. Yay. Ich brauche eine Raum-Erweiterung. Okay. Und P Hold Go Bay. Das war's für heute. Arja. Tja, fast die zweite Etage fertig. Ja, Holz liegt bei dir drin. Wie geht's? Gut, aber ja, was ist denn? 20, glaube ich. Ich meine, mehr kann ich aber auch nicht mitnehmen. So, okay. Ich hab' einen Hut. Ich glaube, das Reichhof ist das erste. Danach muss ich ja noch nichts tun. Was ist das denn hier für ein Haus? Man kann ja nicht mal da rein oben. Noch nicht, weil es in Sporte ja unten nicht weiter arbeiten. Das ist ja meine zweite Etage. Ja, ich muss ja erst mal die zweite Etage Fahrt schon bevorstehenden aufmachen können. Das ist... Nein. Oh, ein Card. Das nehm' ich mal weiter. Ernährst du dich eigentlich nur von Fisch? Nein. Doch. Da sind ein paar Netze. Ja, Traps sind drunter, aber die ist noch nichts drin. Ja, trotzdem. Ja, erst mal Fische fangen zum Fischer essen. Leeren im Endeffekt heißen, dass du dich ja nur von Fischen ernährst. Hm, ich hab' noch keinen einzigsten Fisch gegessen. Nachgucken schon echt. Das sind alle fünf leer. Perfekt. Was ist denn gerade für ein Buch in Arbeit? Bei mir in Lamba, damit wir die Sommel bauen können. Und eigentlich brauchen wir gar nichts mehr, außer Öldrilling. Kannst ja mal gucken, ob da irgendwo rankommst. Falls du da schon rankommst. Öldrilling. Ja, danke. So. Ah, da Öldrilling. Äh, ja, kann ich machen. Okay. Ähm. Wo hast du denn Arbeit? Mach das ja. Ich hab' Öldrillinge. Das kostet 20. Äh, dann brauche ich noch Electronics. Stimmt, ähm. Einmal muss ich auch durchhauen, äh. Blümdier. Äh. Hab' ich fertig. Das auch. Das ist mit Advanced Smelting. Äh, da hätte ich eigentlich alles, außer Eisenbricks. Ich hab' da vollen Steinmangel. Ich hab' da vollen Steinmangel. Ich brauche nur, ich brauche mir nämlich, um so ein Brick House zu müssen, den Ansatz davon. Ja. Für die Tiersachen halt. Hier zwei Sachen. Wenn ich das jetzt jemand denkt, ja, ich brauche irgendwas, ich brauche Tiere oder so. Natürlich, du brauchst immer Tiere. Tiere braucht man, aber ich brauche dafür keinen, ich brauche doch kein Tier, um ein Haus zu bauen. Ich brauche doch kein Tier, aber aus einem, aus, aus Tieren ein Haus. Ich brauche das. Und nicht. Das stimmt. Aufeinanderstapeln, abstechen oder aufeinanderstapeln. Ach, er und sein Abstechen. Bei ihm kann ich mir sogar noch vorstellen, dass er so was machen würde. Also in dem Spiel natürlich. Nicht im echten Leben, das wirst du dir ja nicht tun. Oder Meter? Ja, ich brauche einen. Ja, ich höre dich mal zu. Aber egal. So. So. Da ist gerade ein Vogel durch meine Scheiben geflogen. Da sind ja auch noch keine Glasscheiben drin. Das ist ja alles nur... Doch, da sind die Glasscheiben drin. Ja, er ist auf jeden Fall irgendwie durch die Wand geflogen. Oint, Wolf. Gebt Wolf. Da pustet gleich dein Haus weg. Ja, hab ihn vorher abgestochen. Geschichte umgeschrieben. Getreit hat ein Schweinchen. Das Trippse-Kreuzchen und das Erste-Scholzen hat ihn einfach abgestochen. Tja. Ende. Nix mit Townspeak pusten, abgestochen. Meta oder der Geschichten im Beschreiber hier. Ja, klar. Ach komm, ich mach so gleich vier breit. Ja, könnt ihr. Hast du noch ein bisschen Sachen, um das Haus weiterzubauen? Ich? Nein, irgendjemand von euch. Nein, irgendjemand von euch. Was brauchst du denn? Ich brauch einfach nur Sachen. Stein, irgendwas. Ich muss ein Haus bauen. Clay Bricks? Nein, Bricks brauch ich nicht mehr. Ich hab, glaub ich, irgendwie zu mittlerweile 30 oder 40 verbaut in meinem Haus hier. Okay. Kann ich eigentlich nur das Haus beenden. Deswegen brauch ich irgendwas. Um da drin Sachen aufzubauen. Deswegen, ja. Ich hab jetzt sogar schon Steinbände genommen. Ich hab jetzt auszieht gerade eben. Bitte hast du noch irgendwelche Dinger? Also fertige zum Fertigbauen. Also diese Heaven Locks oder so. Also einfach jetzt so zum Haus bauen. Ja, zum Haus bauen. Irgendwelche sollten zum Haus bauen. Äh, die Heaven Locks, da hab ich auch noch welche. Ist das Lumber Book schon fertig? Weil wenn das fertig ist, dann müssen wir uns... Ja, es ist fertig. Das heißt, die Sammel können wir gleich im Auftrag geben. Lumber Skill Book. So, das könnte auch herkommen und dann skillen. Schon auf dem Weg. Wo hast du's denn, dein Skill Book? Da. Was machst denn du für ein großer Haub auf dein Haus drauf? Erde? Was? Oder die Asche von deinem... Wer denn? Mehltau. So, ich glaub, ja. Tu deine Asche drauf. Äh, ich hab dein Lager draufgepackt. Okay. Sieht so aus, als wäre das so ein Schornstein oder sowas. Ja. Ein komischer Schornstein. Ähm, was haben wir hier? Lumber. Zement. Zement. Kannst du auch gleich leeren. Hab ich hier noch was? Ich brauche ja auch nur Haus Sachen. Bedeutet also Stein, wenn du noch was ich so Stein waren. Oder... Äh, ich weiß jetzt erst mal hier alles reparieren. Fällt mir grad auf. Äh, wie weit ist das Mechanical Buch, bitte? Schon fertig. Schon fertig. Das liegt bei ihm irgendwo rum. Okay. Guck mal kurz. Ich hab alles in die Kiste getan, also muss einfach gucken. Ich sortiere die Sachen immer alle in eine Kiste. Irgings weiße und Bücher. Aber das war's. Oh, wunderschön, wie du das hier alles abbaust. Oh, Stein. Ich muss reparieren. Du hast natürlich erstmal repariert und danach muss ich meinen Hammer reparieren. Der ganze Stein ist ziemlich komischerweise schon wieder weg. Oh, hier war ein Erdrutsch. Guck mal. Ja. War praktisch Stein herum. Weiß ich nicht. Siehst du das auch? Ja. Dann fliegt ihr gerade eben. Ach so, ja, das jetzt nicht. Auch Steine wollen anscheinend fliegen lernen. Ja. So, dann. Oh, was das denn hier oben? Ein Steinlager erstmal klauen. Oh, stimmt. Da oben hab ich noch Stein. Wow, wusste ich gar nicht. Das sind sogar noch Bände. Erstmal Usen. Du hast Sachen geklaut. Tolle legt ihr wieder zurück. Mitter. Ja, kannst du mir helfen? Mh. Ja, was denn? Ich brauch Holz oder irgendwas. Ach ja, hier liegt eine Karre zum Wasser. Ich hab deine Karre gefunden. Ja, ist von mir. Muss auf jeden Server einmal passieren. Ich mach bestimmt mal einen Springkacken. So, wie weißt du meine Steine? Eine noch im Carrying. Wo ich brauche dann die Sachen weg tun? Die Steine brauchen immer so lange. Ich hab nicht abbauen, nur auf. Brauche ich. Ich mach kein dummes Zeug. So, ähm, es war ich noch eine dritte Schicht und ein Dach. Meta, Holz oder wem so was besorgenlos. Und ich guck dabei ganz was, was die Sormel kostet. Und welchen Table macht Mutti? Die Sormel im normalen Crafting. Das ist Amboss. Ach, Amboss. Den hab ich noch nicht. Ja, ich würde allgemein, ich sollte jetzt erstmal für die Ressourcen einfach mal, ich sollte mir die zusammentun und erstmal craften. So, ich brauche schon mal die Sormel bei mir. Dauert drei Minuten. Was bringt der Blast-Fanis? Der müsste eigentlich etwas sauberer verbrennen als die kleine Smellery, oder? Ich brauche auch ein Tier 2. Kann ich die noch nicht bauen? Ja, das war gut bei mir. Das war gut bei mir. Das war dunkel. Nicht gut. Ähm, wo kann ich ein... Ich baue ja gerade ein Tier 2 Raum, deswegen brauche ich ja auch Dinge von dir. Ich brauche ein Dach jetzt sofort, sonst kann ich die Sormel nicht mehr bauen. Leute. Halt schön. Komm doch, ich habe 15 Heaven Locks dabei. Ja, und ich hole Holz. Und ich glaube es Holz. Natürlich nicht. Hier liegen ja sicher noch tausend Baumstämme irgendwo noch rum. Ich sehe es jetzt schon. Wenn man hier seine Bäume nicht aufräumt. Über der Baumstamm gerade eben. Lass ihn nur sein. Ja, da habe ich schon einige gesehen. So, einen habe ich schon mal in der Hand. Da liegen hier noch Bäume, wo keine Blätter mehr dran sind. Da fähig die, wo keine Blätter mehr dran sind. Wer wollte jemand die Setzlinge haben. Genau. Wie kannst du fällen? Musst du nicht fällen? Das war bloß zum Probieren wegen Satzling. Fällen? Wir brauchen Fellbäume. Bäume fällen. Alter, das sieht echt aus wie so ein Stornstein. Ja, deswegen. Wie so ein fetter Stornstein. Fetter. Aha. Hast du was? Ja, okay. Und hast du jetzt welches? Der ist da auf meinem Hausdach. Was? Da hängt die auf meinem Hausdach rum. Ich seh's auch. Wer ist das denn, Wolf? Ich nicht. Ich steh hier rum. Oh nein, der hat neben mich geschossen. Oh. Helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, aber der helft Sie mir. So, Heaven Locks machen. Zack. Das kann ich auch mal zum Testen gleich machen. Man hört keine Cracks. Nein. 100 Stück kann ich machen. Das sollte erst mal reichen. Hoffen wir. So, drei Stück habe ich schon mal. Hast du auch welche? Was? Ja, diese Dinger um weiterzubauen. Ja, habe ich schon oben hingebläst. Okay. Oh ja, sehe ich gerade. Hammy, komm her. Bauen wir uns alles hoch hier. Da bauen wir uns einfach ein simples, grades Dach drauf. Da kann man ja da einen zweiten Stock drauf bauen. Damit das Tier 2 Haus... Ja, ein bisschen Pfeifen. Bisschen Kopf ausleeren. Ja, ein bisschen Pfeifen. Bisschen Luft aus dem Kopf lassen, ist vollkommen okay. Ja. Ist halt milder. Da ist ja viel Luft drin. Hat man gehört. Hä? Hier liegt der auch noch ein gefälter Baum. Ui. Ja, ich habe den, glaube ich, ganz gefällt. Wenn du bei dem bist, um das zu... Ähm... Ähm... Ist doch auch egal. Wenn du willst, kannst du es nicht herbringen und reinlegen. Ich brauche eigentlich nur die erste. Ja, ich brauche jetzt halt gerade einfach nur ein bisschen Holz und... Ja. Du brauchst doch Mehltau als Läufer. Ich habe ihn ja schon schon klein. Das hat doch nichts mit Läufern zu tun. Das hat damit was zu tun, dass wir ein Dach brauchen, um weiterzukommen mit den Straßen. Mehltau, Holz holen. Nein, brauchen wir nicht. Der hat zu viel Luft im Kopf, deshalb kann er kein Holz holen. Jetzt ist es schon klein gehackt. So, ich tue eigentlich gerade nur noch ein bisschen Eisen. Erz. Ich hoffe, das reicht jetzt, als ich gemacht habe. Weil ich will nicht, ob das Holz ausgibt. So, ähm, ich glaube, das reicht. So, das Dach ist fertig, wenn ich nicht so blöd dafür wäre. Ach, und die Sommel war auch. Ähm. Sommel, komm her. So. Zusammen wird gebaut und danach baue ich gleich den Maschinenstopp. Der dauert zwei Stunden. Ja. Ja. Er geht raus, ne? Rage quit. Er geht einfach raus. Oh, scheiß gelaufen. Und wie man das halt richtig hört, wie er rausgeht. Rupp, rupp, rupp. So, er setzt sein Headset auf, Tür auf. Zwei Stunden, zack, 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 und weg. Ach, Mann. Ja, wenn er jetzt einen Angriff gibt, einen Auftrag gibt, könnten wir es noch schaffen. Ja. Und wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt. Ah. Wirklich? Zwei Stunden? Ja, zwei Stunden. Rage quit beendet. Rage quit beendet. So, machen wir ein bisschen Eisen. Zwei Stunden? Zwei Stunden? Wie lange braucht ihr bitte dann das OP-State in dem Spiel? Nix. Zwölf Stunden? Nix. Zwei Stunden? 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 Ich hab' ich noch mal gebraucht. Und das ist schon genug. Ne, ich glaub' sogar ne Stunde fast. kann ja nicht wahr sein leider doch wäre empfehlen wird dann brauche ich permanent jetzt warte mal wenn es zwei stunden ohne skill 24 minuten das ist also erst gucken und dann reagieren ich habe kohle ich brauche eigentlich alles mal okay beruhigungshopfenblütentee ich bin exekanten keller gerannt nicht so tief wollen jetzt habe ich schon hochgeholt ich habe jetzt eben auch muss kann man so trinken färts genau die sammeln schon fertig ja denke ich jetzt eigentlich nicht aber was ja tatsächlich so sie sollen haben wir schon mal so gut ich bin jetzt so so fertig auch so puste auch so ein bisschen teilweise aber noch 13 minuten dann haben wir öl gelenk du hast schon eine ölpumpe gebaut 13 minuten hat so gut ich dachte schon achte schon ob ich cheat ist hier irgendwie doch nie machen ah metau ja du kleiner schlingel so weißt du was ich habe es ist was zu essen ja oh nein hört sich was zu essen es kann eine weile dauern hoffen ich kann mir sechs lange machen das reicht noch lange nicht da ist mehr holz unterholz sammler ist weggegangen sich was zu essen holen gerade bin ich mir nicht mehr sicher ob er sich was zu essen holt ich bin mir denke er gerade so an drogen ah ok ein bisschen eh einwerfen damit es ein bisschen schneller geht ich habe das Gefühl weil er gerade zurückgekommen oder gerade noch gesagt hat drogen aber drogen ist nicht gut mit auch nein drogen drogen sind immer noch nicht gut ich bin ganz schön gut oh machine shop der braucht wie lange braucht der auf jetzt muss keine muss kein machen aber eine sammel muss mir nur herstellen oder ich würde es nicht machen es kostet zu kosten dann kannst du lieber zu mir kommen und lieber selbst was sägen das erstes viel günstiger ein blast furnace ne ein blast furnace kannst du mit uns alle machen okay aber du brauchst erstmal um die sachen zu benutzen erstmal den tier 2 bereich du hast doch ein ja eben den kannst du bei mir die ganzen sachen die da schon drinstehen benutzen ich brauche nur noch einen anvil bahn ich brauche generell aus dem eisen erz wo kann ich die bricks herstellen also die blöcke oder kann ich die einfach so setzen die kannst du einfach setzen wo kann ich die bricks herstellen also die blöcke oder kann ich die einfach so setzen wo ist oder was damit zugehört so ein ding ist machen wir dreck machen so erst mal wieder dreck gemacht ja wie man hier unten auch schön aufgeräumt hat mir ja was auch immer du meinst ich bin deiner meinung ja deine unordnung hier noch mehr stein ja ich komme aber bekommen jetzt gerade nicht mehr raus egal müssen wir nicht raus sondern das hier wir wollen hier nicht raus wollen wir hier raus ich habe nämlich gerade mit leisen ja kommen her so hat wird und schuss nein ich habe alles schon geredet okay wenigstens mal acht eisen hin geht's vor zumindest höllen ein stürz nein applaus für dich applaus applaus seine trotzdem erstmal eisen herstellen jetzt geht das funktioniert jolo hallo und das wort auch wieder kupfererz hier ok kann ich jetzt nicht aufheben weil du es nicht kannst ok also muss mich weiter nach unten graben vom essen fall ich trotzdem kiste dankeschön ich habe noch zwei steinrampen wieso kann ich nichts abbauen mit meinem hammer auch da geht das weil du es nicht kannst ganz einfach sind beide hei es sei denn